Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sinui Chronicles X. Oh, ist gerade Tag geworden. Schön. Oh, ich finde diesen Aufzug einfach super. Das sah gerade bei Nacht auch richtig genial aus. Naja, willkommen. So, wir waren beim letzten Mal dabei und haben bei... Chiopetus, so heißt der Kleine, ähm, ja... Naja, seine weiteren Werte in Bezug auf Trauer abgegeben. Oh, guck mal, Thora. Hallo. Oh, ich finde die Noporn so cool. Ähm. Genau. Chiopetus haben wir die Dingens abgegeben. Und jetzt geht es weiter genommen. Dana, die war eifersüchtig, weil Christopher seinen Skell lieber mag als sie. So. Ah. Dies hier ist meine nächste Testperson. Ihr Herzschlag ist stark beschleunigt und die Körpertemperatur liegt weit über dem Normalwert, ja? Ist sie etwa aufgebracht? Allerdings deutet alles darauf hin, dass der Grund dafür eher auf der emotionalen, als auf der physischen Ebene zu finden ist, nicht wahr? Nicht mein Spezialgebiet. Vielleicht sollten wir zunächst weiter beobachten. Möglicherweise liefert uns dies die nötigen Antworten, oder? Ach, Christopher. Warum ignorierst du nur meine Gefühle? Ich sage dir die ganze Zeit, was ich für dich empfinde. Aber du weißt mir nur aus. Machst du einen auf cool? Ist das vielleicht deine Masche? Wie kann ich dir nur, äh, beweisen? Was? Wie kann ich es dir nur beweisen? Hm. Hm. Mein Emotometer zeigt mir weder Zorn noch Trauer an. Ich vermute, es handelt sich hierbei um ein wahres Gefühlschaos, nicht wahr? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was hier vor sich geht? Nö, ich... Zu gut mit der Schultern steht über den Kopf. Ich mach das mal. Ich will mal gucken. Also da wird... Okay, weil wir ein ganz komplettes verhaltliches Mitteam haben, wird das wahrscheinlichst ein bisschen Zugeneigung gewinnen. Aber ich will mal... Ich klär ihn mal auf. Och, guck mal, Lin freut es. Liebe? Das klingt äußerst komplex, oder? Und diese Liebe sorgt für das Herzflattern und die durchaus daraus resultierenden Schmerzen der Brust. Also handelt es sich um ein medizinisches Phänomen? Ja. Sind Sie sicher, dass die... dass die Dame sich nicht vorsichtshalber in die Obhut eines Arztes begeben sollte? Sollten wir sie vielleicht fragen, nur um alle Zweifel zu beseitigen? Äh, werte Dame, haben Sie vielleicht... Entschuldigung. Haben Sie vielleicht gerade Liebe? Seid Sie bei ihr... Entschuldigung. Okay, Moment. Seid Sie bei Ihren Ausführungen bitte äußerst exakt, ja? Jedes Detail könnte wichtig sein, wissen Sie? Wie? Hast du etwa gelauscht, du kleiner Spanner? Hau lieber ab, bevor ich dir die Ohren langziehe. Erste These, Liebe scheint die Versuchsperson äußerst gewalttätig zu machen, oder? Gewalttätig? Quatsch. Ich bin süß und lieb und goldig und zufälligerweise ganz genau Christophers Typ. Schlapper-Pullis und auf... Äh, was? Geschrammte Knie, die war... Das war früher mal. Und ich lasse mir von einem zu klein geratenen Zino wie dir nichts anderes erzählen, klar? Sie haben einen erhöhten Puls und gerötete Backen. Sehe ich das richtig? Wie kann man denn gegen diese... Abnorm... Was? Wie kann man denn... Wie kann man denn gegen diesen abnormalen Zustand vorgehen? So, jetzt redet ihr wieder mit uns, oder? Ich wäre gerne dabei behilflich, sie von diesem Leiden namens Liebe zu erlösen, wissen Sie? Leiden? Heilen? Ich verstehe kein Wort, aber... Ich denke, dass ich ruhiger wäre, wenn Christopher meine Gefühle endlich erwidern würde. Bis es soweit ist, werde ich diese Bauchschmerzen wohl nicht los. Gefühle, wie? Wo findet... Wo findet man so etwas denn? Kann man die kaufen? Mit der Post verschicken? Faxen? Genau, ein Xeno, der weiß, was faxen muss. Wissen Sie vielleicht eine Lösung für dieses Dilemma? So, gerade habe ich jetzt dafür gestimmt, das hat Lin gefreut. Mal gucken, was passiert, wenn ich mal was Einfältiges sage. Ach! Alles klar. Diese Liebe verwirrt sie also genauso sehr wie mich. Jener Zustand ist mit Abstand der Verstörendste, der mir während meiner Studien untergekommen ist. Wissen Sie? Hey, wie wäre es damit? Ihr helft mir dabei, das perfekte Geschenk für ihn auszusuchen. Dann schreibe ich ihm einen Liebesbrief, packe ihn dazu und zack, schon habe ich ihn am Haken. Also als Geschenk könnte ich mir gut ein paar rote, könnte ich ja sogar haben, rote Talusfühler vorstellen. Die Talusse beim Titanenbogen haben solche. Die würden ihm sicher gefallen. Die sehen dann auch bestimmt super als Halskette aus. So richtig wild und männlich. Bitte was? Okay, geil. Ich weiß, dass das... Kennt ihr das? Das habe ich im Fernsehen gesehen. Früher hat man bei Cartoons noch verschiedene Charaktere so richtig deutsche Akzente gegeben. Wie zum Beispiel irgendeinen schwäbischen Akzent bei irgendeinem Typen. Und... Also das ist bei einer alten Serie, das ist jetzt nicht meine Generation oder so, aber... Ich habe die mal gesehen, also die liefen mal im Fernsehen und das hat mich ziemlich verwirrt. Aber das war ja damals wirklich so, da hatten die... Äh... Die hatten bei der Synchro, beziehungsweise auch bei der Übersetzung, viele, viele Freiheiten sich genommen. Und sind dann halt... Naja... Für die Nachwelt haben die das ein bisschen versaut. Aber so prinzipiell ist das für einen kurzen Moment eigentlich ziemlich witzig. So haben die halt hier jetzt auch der Dana so einen... Naja... Deutschen Touch gegeben. Ist okay. Kann man mal machen. Ist auch manchmal ganz witzig. Auf der anderen Seite ist Christopher auch ein totaler Technikfreak. Ein paar Elementarteilchen wären also auch eine gute Idee. Äh... Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich muss einfach beides von... Äh, was? Ich muss einfach beides vor mir sehen. Bring mir also am besten beides, ja? Och. Einfühler haben wir. Bitte was? Das ist ja eine... Eine Quest für Syrvalum. Krass. Wir kriegen jetzt schon Quest für Syrvalum. Na gut, bei 70 Stunden Spielzeit? Ja, ich weiß. Ich bin sehr langsam. Aber deswegen hau ich auch so viel raus. Ähm... Stimmt, die müssen wir nur noch abgeben. Missionen... Heikler Handel... No. 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 Die Mission dauert doch schon ewig, ne? Rüppel, Brotermus, Bobbys Uhr. Was kriegen wir dafür eigentlich? Ein Hotdog. Boah. Wie lukrativ. Genau, das kommt die Fahne schon abends raus. Wir können auch mal eben zum Test hangen. Ich glaube, das machen wir mal. Sehr gut. Da gibt es wahrscheinlich eine Handlungsmission. Aber... Können wir prinzipiell sogar annehmen. Und einfach nebenbei machen. Handlungsmissionen mal so durchzurushen, ist jetzt auch nicht gerade vonnöten. Man kann zwar nur maximal eine nehmen, aber wenn man sie abschließt, bevor man vorhat, die nächste zu machen, ist es ja sowieso ganz okay. Vielleicht ist es auch eine ganz normale Mission. Weil manche Missionen sind ja auch ein bisschen... Naja, quasi essentieller. Sü. Da hinten musst du wieder sein, ja. Tatsächlich ist es eine Handlungsmission. Ne, eine Harmonie. Die Handlung ist ja das große. Im Sylvalum! Ich glaube, die wollen uns so langsam ins Sylvalum schicken, ne? Dann sollte ich mit der Story-Roma weitermachen. Ja gut, dann werde ich jetzt, äh, ein bisschen, mich ein bisschen beeilen. Und dann machen wir gleich die Handlungsmissionen, also im, also darauf folgenden, die Handlungsmissionen, also die Story-Handlungsmissionen. Aber für die müssen wir, glaube ich, ja, wir müssen noch einmal, äh, Frühlingsgefühle machen. Genau. Da müssen wir auch noch bei. Na, das wird super. Bin ich schon sehr gespannt. Ich frage mich, warum die Asphalt gemacht haben. Asphaltstraßen. Einfach nur die Nostalgie halber, oder? Prinzipiell war das ja ziemlich dämlich. Sü. Genau, Wasserwerke. Ich war halt schon wieder ein bisschen abwesend. Kopf. Wieder drüber nachgedacht. Was wir als nächstes so planen und so. Das soll ich mal vor den Folgen machen und nicht immer erst hinten drin. Aber ich bin so ein Typ, der splittet das ziemlich krass. Also, außerhalb der Aufnahme denke ich seltenst über sowas nach. Es sei denn, ich habe gerade Lust zu zocken. Und es gibt, es gibt Spiele, da muss man nichts aufbringen machen. Und da habe ich wirklich aufgenommen und fertig und durch und außerhalb einfach nie drüber nachgedacht. Sollte, also, ich weiß gar nicht, wie lange die Story noch dauert. Aber wir sind noch weder am Silvalono gewesen, noch an dem fünften Gebiet, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Deshalb, naja, es kann noch viel kommen, aber ich hoffe, das Flugmodul kriegen wir bald. Ach, guck mal, im Wasserwerk waren wir noch gar nicht speziell. Kann man da rein? Das wäre ja cool. Wahrscheinlich haben wir durch das Fehlen einer Schnellreise das Ding wieder nicht getriggert, oder? Oder können wir da rein? Tatsache. Das ist ja genial. Ja, aber frage ich mal. Die Anlage wurde ohne größere Zwischenfälle fertiggestellt und die Wasseraufbereitung funktioniert ohne Probleme. Jetzt können wir unbedenklich Trinkwasser aus diesem riesigen See gewinnen und nach NLA befördern. Egal, wie viele Xenophoren in die Stadt kommen, die Trinkwasserversorgung ist gesichert. Natürlich gibt es immer noch viele Dinge, die unser Überleben auf Mirror erheblich schisch wären. Aber wir sind auf einem guten Weg, passende Lösungen zu finden. Ich bin dir sehr dankbar. Ohne dich hätten wir das Wasserwerk wohl nicht fertigstellen können. Schön. Wir kriegen für all das Zeug immer nur noch Credits. Ach ja, ich wollte die Fördersondenaufsignung aufstellen. Das habe ich jetzt voll vergessen. Ups. Na? Aha. Ja, wir sind mitten im Aus... Äh... Laufbereich. Wir müssen niemanden ansprechen. Zudem, ich muss nochmal eine Stellreise machen, um das Zeug zu triggern. Hier auch schon mal am letzten Mal. Man darf nicht einfach so hinlaufen. Ich check's nicht. Wie war da jetzt mal Wasserwerk? Oder müssen wir das wieder zu einer bestimmten Uhrzeit machen? Aber das war ja beim letzten Mal auch nicht so. Guck mal, jetzt auch noch eine Tür. Ah, ne. Reise ich mal schnell... Also zu einem Gebiet dazwischen schnell. Und lauf da mal komplett hin. Ich zweifle stark, dass das jetzt der Grund sein würde. Ich habe gerade auf die Map geguckt, um mich zu drehen, aber das ist ja mal ein bisschen blöd. Okay. Okay. Wie viele von denen habe ich mittlerweile eigentlich? Uiuiui. Schöne Goldsardinen. So, vielleicht triggert das ja, wenn wir ein bisschen weiter weg da hingehen. Auf jeden Fall sollte in der Theorie da eigentlich was triggern. Das ist ja die einzige Person, mit der wir sprechen müssen. Was sagt denn die Mission? Ich vermute, das ist ja so etwas, das nicht stimmt. Bringe eine Probe davon in deinen Besitz, um dass du sie analysieren kannst. Ach, sehr gut. Ach ne, das mit der Probe haben wir ja schon. Dafür mussten wir eher das Gedöns geben, genau. Gehe jetzt, äh, Wasserwerk und komm mal dir. Es ist so dämlich, dass es nicht funktioniert. Es ist so dämlich, dass es nicht funktioniert. Es sind zwei Leute, mit denen man reden kann, aber es gibt keine... Aber man sollte mit niemandem reden, sonst würde da ja jemand zum Reden da sein. Natürlich! Oh, wunder-, äh, wunderbar, wunderwirkender. Bringe allem, allen Manon in der NLA dein... Dein schreckliches Geschenk der Pestilenz, damit sie den Weg zu dir finden, ja? Wer, wer... Wer ist da? Oh, du, was tust du hier? Ich? Meinst du mich? Ja? Nichts, gar nichts. In der Flasche ist nichts drin, und ich habe nichts gemacht, oder? Nein. Jetzt ist die Frage, macht sie das aus freien Stücken, oder hat ein Mensch sie dazu gezwungen? Denn für gewöhnlich sind Manon nicht böse. Ah, nein, so... So kann ich es nicht, äh, so kann es nicht enden, klar? Nicht jetzt, wo der wundersame Wunderwirker dank dieser Medizin so viele Anhänger hat, ja? Es ist das Wunderwasser, das das andere Wunderwasser zu Wunderwasser, äh, macht. Verstehst du? Natürlich verstehst du das, oder? Und du wirst es niemals bekommen, oder? Nein! Erhöre mich, wundersamer Wundertäter, und demonstriere deine Macht. Also, wenn du willst. Bitte. Ich kann ihn sehen, ja. Der wundersame Wundertäter, und... Und... Reisy ist wirklich die Erlöserin der Manon, äh, äh. Das nennt man Sekte, Kinder. Das nennt man Sekte. Ah! Tschuldigung. Ähm... Ja, gut. Hat die das Gift geschluckt, und sich damit... Ja, ja. Ich will jetzt keine Religion in Zweifel stellen, aber... Das passiert... Dann. Wenn man... Das nicht hinterfragt. Man kann an eine höhere Natur glauben, aber man sollte es immer hinterfragen. Und niemals blind... Äh... Blind folgen. Man sollte niemals irgendjemandem blind folgen. Immer alles hinterfragen. Vertrauen ist gut. Wollte man noch haben. Aber man sollte trotzdem deren Absicht... äh... Also die Absichten derjenigen, denen man vertraut, auch kennen. Ich meine ja nur. Und die Absichten der höheren Natur, die kann man halt nun mal nicht... Naja... Sehen... Oder hören. Oder wissen. Man kann immer nur glauben. Aber ich will mir da jetzt auch keinen Strick losdrehen. Aber ich will... Ja. Ja. Ja.